Majestätische Berge, traumhafte Aussicht über den Zugersee und eine hervorragende Küche. Seit 130 Jahren ist das Hotel Ash in Walchwil die bevorzugte Adresse für Geschäftsreisende und Erholungssuchende aus aller Welt. Das gemütliche, familiäre Gasthaus wird in vierter Generation von Beat Hürlimann geführt. Hauseigene Parkplätze stehen ausreichend zur Verfügung. Alle 30 Zimmer des Hoteltraktes haben einen Südbalkon mit imposanter Aussicht. Wheelan, Schreibtisch, Fernseher, Radio und Föhn sowie ein grosser Spiegel im hellen Badezimmer gehören zur Standardausstattung. Unsere Seminarräume bieten bis zu 30 Personen Platz. Damit Ihre Tagung zum Erfolg wird, stellen wir eine topmoderne Infrastruktur zur Verfügung. Unsere Gartenanlage ermöglicht Ihnen auch im Freien zu tagen. Das Hotel Ash ist für seine exzellente Küche bekannt. Unsere Fischgerichte wurden von der Tafelgesellschaft zum Goldenen Fisch ausgezeichnet. Ob Spezialität des Hauses oder traditionelle Speise, ein Wein aus unserem hauseigenen Weinberg rundet jedes Menü perfekt ab. Momente, die bleiben. Hotel Ash Hotel Ash Hotel Ash Hotel Ash Untertitelung des ZDF, 2020